Ja Leute, einen schönen guten Tag. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, euch nun den sechsten Baustein der Stefan-Bartel-Akademie vorzustellen. Leiten und Steuern von Teams und Umgang mit Konflikten. Dies ist so gewissermaßen die Königsdisziplin. Warum sage ich die Königsdisziplin? Naja, weil beim Umgang mit Gruppen, beim Umgang mit Teams fließen alle Aspekte der letzten fünf Bausteine zusammen und dann zeigt sich, ob du wirklich auch im Team, in der Gruppe eine Wirkung erzielen kannst auf andere, dass die dir gerne folgen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend als Sicherheitsmensch und als Führungskraft. Wenn du vor einer Gruppe stehst, wenn du mit Gruppen gemeinsam Dinge ausarbeitest, Gefährdungsbeurteilungen oder Problemlösungen irgendeiner Art, dann ist entscheidend, dass du in der Lage bist, die Gruppe so zu steuern, dass in einer kurzen Zeit möglichst gute Ergebnisse rauskommen. Und das will ich dir gerne zeigen. Sowohl methodisch als auch von deinem Auftreten her, als auch vom Umgang mit typischen Konfliktsituationen her. Das ist etwas, was dich persönlich weiterbringt. Und danach bist du zertifizierter Safety Culture Manager. Du kriegst für mich eine Medaille, du kriegst ein Zertifikat und nur Menschen, die diese Ausbildung gemacht haben, dürfen sich Safety Culture Manager nennen. By the way, zum letzten Seminar werde ich die Gruppe zu mir nach Hause einladen, zu einem Grillabend, was wir dann ja die gesamte Ausbildung gemeinsam in guter Atmosphäre ausklingen lassen können. Freut euch drauf. Ich freue mich auf euch. Ihr findet im Link unten die Beschreibung. Könnt ihr gerne euch anmelden, natürlich am liebsten. Und oder euch noch weiter informieren, wo, was, wenn ihr noch weitere Informationen braucht. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Musik